so kurzer stream ja hallo leute ich wollte mit diesem kleinen stream heute eine kleine ankündigung machen und zwar wie ihr schon sehen könnt möchte ich ab 18 uhr heute auf twitch stream und deswegen mache ich das jetzt hier also wenn ihr bock habt könnt ihr gerne zu gucken mitkommen also ja der link ist unten in der video beschreibung ja momentan also ich würde ja normalerweise um die uhrzeit um 18 uhr heute freitag takov spielen die sache ist nur die dass der patch immer noch nicht gekommen ist auf den wir alle so gerne warten hi paul schön dass du da bist ja genau also takov ist halt momentan erst mal für mich kommt das halt nicht in frage deswegen ja zocken wir was anderes und zwar habe ich mir überlegt ich zocke heute wieder mal far cry 5 mit euch wenn ihr lust habt ja das ganze wie gesagt auf twitch ich werde jetzt auch sag ich mal ja das streamen mehr auf twitch verlegen falls ihr das schon gemerkt habt ich habe ja in den letzten videos immer einen link dabei geschickt und auch in den videos bescheid gesagt dass ich jetzt auch auf twitch bin ja ich hoffe dass es für einige okay dass ich jetzt auf twitch streamen ja sonst ja eigentlich ist das kein ding wenn man sich auf twitch ja so anmeldet ist ja auch ziemlich schnell gemacht ja das soll es eigentlich gewesen sein eine kurze ankündigung dass ich gleich um 18 uhr ist ja jetzt schon gleich streamen werde und ja ich hoffe viele von euch sind dabei und ja dann würde ich mal sagen bis gleich leute ciao